ja leute was geht herzlich willkommen zu einem video wir spielen hg mit einem komischen shader ich glaube ihr seht schon die welt ist einfach rund es ist so komisch aber es ist ein bisschen lustig digga es ist so oh mein gott so ganz andere welt wo man sieht halt gar nichts jetzt kann ich mich wenigstens so fühlen als würde ich auf einem planeten laufen ich hoffe die runde wird irgendwas wenigstens etwas anschaubares und ich möchte ja entertainen ich habe bei wei 12 uhr 30 war es als ob schon 12 uhr 30 ist bei gott ich bin vor zwei stunden auf gewacht jungen wie schnell die zeit vergeht jungs ich habe ein gott jetzt auch noch die zombies geändert also zum video und somit pikmin und die sounds auch davon ist jetzt wohl lasst euch überraschen wenn ich jetzt irgendwo und somit sehen sollte dann habt ihr vielleicht glück aber ansonsten lasst euch überraschen er ist auf jeden fall nice i would say zombie und zombie pikmin hat einen bestimmten grund weil im zombie weil ich habe das nether habe ich sozusagen zum ether gemacht also selbst heaven und ja auf der erde hier laufen halt die dämonen rum und nether sind halt jetzt die engel werdet schon sehen was meine und die sounds sind übeln nice also es passt auf jeden fall zumindest zu dem skin von den zombies und zombie pikmin natürlich auf kreis yes oder das ist so komisch also komisch ich will wenigstens den gegner sehen wo sind die denn alle hingerannt nein 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 ich habe den namen gesehen ja es ist so komisch ne wie wie soll ich mich da da fack ich sehe ja nicht ob ich ihn hätte oder nicht wo sind die Ich sehe ja nicht mehr ob ich nirte, er leuchtet ja nicht mehr rot. Ich hasse Leute, die immer ins Wasser springen, so absichtlich. Jetzt kommt noch da raus, ich kann mal so spielen, Bruder. Hey Junge, was macht der, komm. Was für ne Pussy? Fuck, Alter. Weiste, so. Ganz komisch. Statt einfach raus zu springen. So, er weiß ja, dass er keine Substanz ist, warum bleibt er überhaupt noch im Wasser? So denkt er, er hat noch schon eine Chance. So, er versucht ja nicht mehr wegzurennen. Nichts, gar nichts. Einfach im Wasser bleiben, ja Bruder. Ich warte hier. Vielleicht klatsche ich ihn im Wasser ja noch besser als normal. Auf jeden Fall so. Das ist gegen Avgisdorf mit einem Impf. Und diesem komischen Viewmodel, Alter oder was auch immer. Shader. Wo ich nicht mehr weiß, ob ich den Gegner hitte oder nicht. Digga. Das ist halt. Ne? Crap denn? Bitte nicht. Ich hab keinen Plan mehr. Ist hier vielleicht ein Tower? Finde ich so cool. Ah. Ich fahr einfach mal. Uh. Ist schon schwieriger auf die Pilze zu hemen, ich bin ehrlich. ich habe keine ahnung wie der shader heißt hier steht halt einfach nur aber den shader ordner habe ich von frank bekommen großes dank dass man da nochmals naja ein kass zumindest entspannter glaube ich ihr habt jetzt wahrscheinlich nur die tür noch gehört weil ich jetzt das wahrscheinlich gemütet habe meine marken kann genau dann rein ja egal ich werde die aufnahme nicht ändern lassen ist mir scheißegal kommt raus wo ihr seid ich finde ich meine ich sehe zwar nur die hälfte der map sogar weniger vielleicht im zwanzigsten das macht für mich persönlich sogar ein bisschen einfacher zu haben ja 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 Das war's. he's lagging man he's lagging he's looking he's lagging nein das ist nicht der letzte oh mein gott es gibt noch jemand so 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 Vielen Dank. Bitte, der Trap nicht. Das ist doch komisch. Das ist halt echt, als würde man auf so einem kleinen Planeten rumlaufen, Alter. Oh, of course he's a ninja, brother. Oh, of course he's. Das Steinschild kannst du haben, Bruder. Mehr gebe ich dir nicht. Da ist ein Zombie. Oh. 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 www.hich waarp costen-deft-deft-deft-deft-deft-deft-deft-deft-deft-deft-deft-deft-deft. Nein. Ja. Oh, wie das aussieht. Holy shit. Jungs, lasst ein Like da, holy shit. Ah, das ist auch nochmal krass. Jungs, versucht das mal auf. Äh, ich weiß, ihr habt den Shader nicht, aber ich hab auch keine Lust den Zug verliehen. Tschüss.